Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com. Heute bin ich im Allerils Casino, eine Spielhalle der Extraklasse. Und zwar in Bezug vor allem auf Spielautomaten. Auch wenn sich hier versteckt, wieder so ein kleiner Übersetzungsfehler, Steckplätze. Da könnte ich mich immer aufregen, dass man das nicht ändern kann. Also das muss doch möglich sein, dass man die Übersetzung hinkriegt, dass das Flotsinn oder Spielautomaten und nicht hier Steckplätze schreibt. Aber geschenkt, wir wissen um was es geht und man kann hier sich durchscrollen und findet reichlich davon. Also somit macht das Allerils auf jeden Fall den Namen alle Ehre. Und zwar gibt es hier zu den Willkommensbonusangebot 25 Freispiele ohne Einzahlung. Die können sich direkt abholen. Und zwar nutzen Sie dazu einfach den Link am Ende vom Video. Das leitet Sie dann direkt auf unsere Webseite und von dort aus finden Sie auch den entsprechenden Bonuscode, den Sie dafür benötigen, um dann zum Beispiel hier beim Ratshort Shark zu spielen. Und hier diese kleinen Wasserbomben oder Coronaviren. Irgendwie sehe ich alles nur noch in Coronaviren, aber darüber möchte ich ja jetzt nicht reden, sondern über das Willkommensbonusangebot. Und das ist natürlich hier zusammengefasst mit den 280%. 180% gibt es für die erste Einzahlung, aber auch nur bis zu 50 Euro Bonus dazu. Also wenn Sie dann einzahlen, haben Sie hier entsprechend viele Möglichkeiten. Und zwar ist es natürlich wie das Grill, ist nicht dabei für die Deutschen, aber mit einer Sofortüberweisung, Banküberweisung, Visa und so weiter sind doch eigentlich genug dabei. Und vielleicht probieren Sie auch mal Chetong Wallet. Das ist eine Alternative zu den Skrill und Co. Angeboten. Bitcoin geht auch als Auszahlung. Und natürlich hier können Sie dann im Prinzip auch mit den Chetong Wallet auszahlen. Und ansonsten könnten Sie nur die Banküberweisung nutzen. Also wenn Sie mit Kredit einzahlen, dann sollten Sie wissen, dass die Banküberweisung Ihre Gewinne zurückzahlt. Also das würde über die Einzahlung die Möglichkeit hier von Visa oder so nicht funktionieren, dass Sie auch da drüber wieder auszahlen können. Also wäre zum Beispiel das Chetong Wallet eine gute Alternative, müsste Sie sich aber vorher erst mal anmelden. So, jetzt sind wir wieder beim Allreels. Und zwar starten wir mal hier, was es so gibt. Es sind hier diese ganzen Anbieter aufgelistet. Und Sie können dann hier entsprechend loslegen und sich Ihren Liebling aussuchen. Und was ich hier noch besonders gut finde, es gibt ja Spiele, die nicht spielbar sind mit Bonus. Ich habe hier mal ein Bonusguthaben von 25 Cent drauf. Und hier, wenn Sie jetzt das Book of Dead spielen und könnten Sie hier als Demo spielen oder hier drücken, dann mit Play und Go. Und hier kommt dann sofort der Hinweis, dass dieses Spiel mit aktiven Bonusguthaben nicht spielbar ist. Also das heißt, Sie ersparen sich das Laden. Genauso wäre es zum Beispiel bei den kleinen Wasserbomben, die hier da vorhanden sind beim Rätselschark. Das wäre auch nicht möglich. Aber Sie sehen dann sofort, welches Spiel eben möglich ist und dann lädt. Und das können Sie dann auch mit entsprechenden Bonusgeldern nutzen. So, hier klickt man wieder zurück. Das andere, was ich etwas Schwierigkeiten habe, ich habe diese Suchfunktion relativ schlecht gefunden. Aber wenn Sie ein direkter Spiel suchen, hier dann einfach klicken und schon kann es losgehen. Es gibt hier im All Reels einen schönen Live-Casino-Bereich. Natürlich nur mit Echtgeld spielbar. Genauso wie wenn Sie auf den Jackpot gehen wollen und dann hier den großen Gewinn abräumen wollen. Vielleicht klappt es. Ein kleiner Tipp noch dazu. Sie sollten das nicht mit dem ersten Bonus tun. Denn die Auszahlungen beim ersten Einzahlen und Bonus sind beschränkt. Und ich habe dazu auch im Artikel was geschrieben. Sollten Sie unbedingt beachten. Vermeiden Sie da zu probieren, ob es heute Ihr Jackpot-Tag ist. Also wie gesagt, es gibt auch Brettspiele. Auch die sind nicht mit Bonus spielbar. Also es gibt im Prinzip genug, auf jeden Fall genug Sachen, die es hier zu entdecken gibt. Es gibt hier genug Bonus-Angebote und die Sie hier nutzen können. Hier das sind die Freirunden, die ich hatte. Da habe ich eher mäßig abgesahnt, wenn man nicht sagen kann, mal überhaupt nichts gebracht. Also das war es wohl nicht. Vielleicht wird es dann meine Einzahlung, mit der ich was reißen kann, hier im Allreels-Casino. Und Sie können dann natürlich hier sich gut im Prinzip durchschauen. Sie haben hier die Angebote nochmal. Also und nochmal hier die Information, dass man eben entsprechende Spiele nicht spielen kann. Gut aufgelistet und reichlich Angebote für Bonus-Spieler sind auf jeden Fall vorhanden. So, also dann kann es nur noch heißen, viel Glück im Allreels-Casino. Und schauen Sie zu, dass Sie ordentlich gewinnen. Und dann wünsche ich eben viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Denise. Tschüss, Ihre Denise.